Joseph Miloslav Hörben war ein slowakischer Schriftsteller, Journalist und Politiker, erster Vorsitzender des ersten slowakischen Nationalrats und eine der führenden Persönlichkeiten des slowakischen Aufstandes von 1848-49 still. Leben Hörben wurde in der Familie des evangelischen Pfarrers Pawel Hörben und der Schauspielerin Anna Hobanova-Jurkovikova geboren. Er studierte an einer Schule im nahegelegenen Trenschen sowie an einem evangelischen Lyzeum in Pressburg. Hier lernte er Ludovic Dur kennen. Er wollte seine Studien in Deutschland fortführen, musste aber wegen Geldmangels zunächst als Kaplan in Brezova, Potpretlom und evangelischer Pfarrer in Heilboke arbeiten. Bevor er 1860 den Doktorgrad in Theologie an der Universität Leipzig erhielt. Etwa ab dem Jahr 1835 beteiligte sich er mit Ludovic Dur und Mischamiloslav Hoza am slowakischen Kulturleben. In den Jahren 1837 bis 1840 war er Mitglied des Geheimbunds V. Zajomnost. In dieser Zeit schrieb er noch ausschließlich im biblischen Tschechischen. Nach einem Treffen im Jahr 1843 in Heilboke mit Stur und Hoza wurde er aber zum Unterstützer des neuen Sprachstandards von Stur. Im von Hörben herausgegebenen Literaturalmanach Nitra wurde 1844 dieser Standard auch veröffentlicht. In den Revolutionen von 1848-49 war er eine der führenden Persönlichkeiten des slowakischen Aufstands. Am 28. April 1848 wurde in Brezova Potpretlom ein großes Treffen veranstaltet, wo Hörben die Nitrianske Tsiadosti ausrief. Im Anschluss wurde im Mai in Liptau-Sankt Nikolaus ein nationales revolutionäres Programm, die Tsiadosti-Slowenske-Honaroday ausgerufen, die an die Regierung Ungarns gestellt wurden. Wegen seiner Aktivitäten musste er nach Böhmen flüchten, um einem Haftbefehl zu entgehen. Dort beteiligte er sich am Slavenkongress in Prag. Nach der Niederschlagung der Revolution konnte er in den 1850er-Jahre nicht mehr am politischen Leben teilnehmen. Daher schrieb er nur über kirchliche Themen. Erst am Ende der 1850er-Jahre kehrte er in die Politik zurück und beteiligte sich an der Abfassung des Memorandum Naroda Slowenskeho, das 1861 an das Wiener Innenministerium gerichtet wurde und war einer der Mitgründer der Mettike Slowenska im Jahr 1863. Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich im Jahr 1867 wurde er zweimal wegen seiner Artikel gegen das ungarische Nationalitätengesetz und wegen politischer Aktivität inhaftiert. Er versuchte danach in weiteren Ausgaben des Almanachs Nitra die tschechoslowakische literarische Einigkeit zu demonstrieren, was aber als ein überlebter Versuch galt. Er starb am 21. Februar 1888 in H. L. Boke. Hobans ältester Sohn war Svetoza Hörben-Wajanski. Außerdem war er mit Daniel Slobodar verschwägert. Die südslowakische Stadt Hörben-Novo wurde 1948 ihm zu Ehren so benannt. Werke 1857-Nitra 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 1858-Nitra 1863-Nitra Reiseberichte 1841 Ludovic Stur, I.I.V. Eine Biografie Ludovic Stur, Ross Puminkina, Revolution Eroki 1848-1849